Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Goldrush. Schön, dass du wieder dabei bist. So, da das so ein bisschen wie ein Tutorial ist, habe ich jetzt auch gefunden, wo wir mit der Hotpan, mit den Hotpans, wo wir mit hin müssen. Und zwar hier vorne müssen wir das alles aufbauen. Das ist also so, dass offenbar hier das Spiel einem sagt, hallo FPS, dass das Spiel einem offenbar sagt, ah FPS. Das Spiel sagt einem FPS, dass das Spiel einem offenbar sagt, wo wir mit dem ganzen Kram hin... Sehr gut, vor die Bank gelaufen. Was ist mit den FPS los? Was ist denn da los? Hallo? Haben wir heute zu wenig davon, was? So, das Spiel sagt einem also, was wir wohin stellen müssen. So, sehr gut, also, habe ich hingekriegt. Wunderbar. Jetzt brauchen wir noch den Eimer und ich glaube, dann können wir loslegen mit unserem fantastischen Goldgeschäft hier. So, was... Wir sollen nicht mit dem Kopf in den Eimer rein. Das ist schon mal gut zu wissen. Das sind so Infos, die habe ich mir schon immer gewünscht im Tutorial. So, dann haben wir hier eine Anzeige, was wir tun sollen. Okay, warte mal. So. Wir gucken trotzdem auch mal in das Notizbuch, weil wir wollen ja auch wissen, äh... Use the shovel to fill the hog pan with dirt. Rinse the mats in the bucket. Start panning. Okay. Warum auch immer. Aber wer... Kann das denn... Das... Also, das mit den FPS ist gerade komisch. Das Spiel nochmal neu starten, oder was? Das kann mir ja keinem anbieten hier. Ich starte mal eben kurz neu, ne? Also, hier ist Hashtag Service. So, irgendwas ist, äh... Mit meinem Nass im Moment nicht in Ordnung. Ich hoffe, das fällt nicht auseinander. Deswegen bin ich ganz schnell auf die Festplatte gewechselt. Hier mit der Aufnahme. Aber, so. Was, äh, soll euch das besorgen? Also. Ähm, genau. Schaufel raus. Und dann, äh, hier mal graben. Und dann das Ganze hier rein, nehme ich an. So, wie geht... Wie? Ich klicke hier, aber passiert nichts. Ah, so. Okay. Also, die Steuerung ist zuweilen noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich, äh, zugeben. 20 Prozent. Ja, freu ich mich schon, wenn wir einen riesen Bagger haben. Wenn unser, unser Goldunternehmen hier mit einem riesen Bagger expandiert und, äh... Ja, der Bagger expandiert, natürlich. Kipp ich jetzt alles daneben oder ist das alles falsch? Warum? Hm. Wir haben gleich ein riesen Loch, da fall ich dann rein. Und dann war's das mit diesem Video. Format. Eventuell muss ich doch andere Sachen reinkippen, ich weiß es nicht. So. Aber jetzt habt ihr ja selber die Chance, das Spiel auch zu spielen. Aber es gab ja viele Leute, die geschrieben haben, wie kann man nur, ne, wegen der Steuerung... Das kann doch gar nicht so schwierig sein, das an der Steuerung zu liegen. Man muss doch nur dies, das machen. Hier in dem Fall, also wie gesagt, mit dem Fadenkreuz entsprechend immer an die Flächen ran, die das Ding sind. Sind, aber es ist trotzdem irgendwie fummelig. So, jetzt brauchen wir, glaube ich... Äh... Müssen wir das jetzt waschen, ne? Wir haben keine Pumpe, noch nicht. Das heißt, gucken, ob wir hier Wasser aus dem Fluss nehmen können. Jawoll. Funktioniert. Ha! Stell ich mich ja doch nicht so doof. Hm. Und da geht's los, da wird das Gold gewaschen. Oder der Dreck aus dem... Was macht denn das Ding eigentlich? Ah, ich glaube... Ähm... Das habe ich, glaube ich, wirklich in der Tat schon mal gesehen. Ähm... Da werden die... Das... Äh... Das wird so ausgewaschen. Das läuft dann da durch den Kasten durch. Und dann die groben Dinger bleiben oben drauf hängen. Und dann läuft dieser Schlamm über diese Matten. Und in den Matten... Äh... In den Matten bleibt dann das Gold hängen. Beziehungsweise der Goldstaub. Und den können wir dann... Müssen wir den... Ich weiß nicht, ob wir den dann wieder auswaschen müssen. Oder ob wir den... Äh... Ob da direkt das... Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da direkt das Gold drin ist. Ich glaube, das ist dann halt nur irgendwie besser konzentriert oder so. So, da sehen wir die beiden Matten, ne? Was ich jetzt nicht glaube, ist, dass die beiden Matten gleich schnell voll werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm... Ich denke mal, in der ersten müsste mehr hängen bleiben, oder? Geneseppa. Ich glaube, wir werden hier nicht glücklich, wenn wir das... Wir können natürlich auch, äh... Jetzt nur das Ding nehmen und dann zu der Wanne gehen, die wir bei uns in der Hütte haben. Und die dann benutzen. Das geht auch, ne? Ey, wie viel... Dieses Loch hier, ne? Ich bin hier... Irgendwann komm ich in Australien wieder raus. Und, äh... Gold haben wir immer noch nicht, dann. So, pass auf, wir machen noch eine Ladung. Einfach nur jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Huch, komm mal her. Hallo. Junger Mann. Von Amsterdam. So. Ah, das ist natürlich das Problem, ne? Bei diesem dynamischen Boden hier. Beziehungsweise ist ja kein dynamischer Boden. Das ist einfach nur eine Polyumformung. Das sind diese ganzen Spiele... Wo ich gerade... Ja, ich habe gerade vermutet, dass es die Unity Engine ist, aber... Eigentlich könnte es auch... Das ist wahrscheinlich auch wieder der Playway-Baukasten, ne? So. Aber es ist ja nicht schlecht. So. Also, benutzen... Hier rein. Nein. Herr Garderol. Wollen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren? So. Das ist aber ganz schön aufwendig. Also, ich hatte jetzt gedacht, ich fahre hier nach Alaska, kaufe mir für 200 Euro Ausrüstung und bin morgen Millionär. Das war jetzt so eigentlich mein Plan. Das sollte auch das Ziel sein. Ich glaube, ich nenne das erste Video Road to One Million oder so. Hm. Also, dass wir sozusagen hier versuchen, Millionär zu werden. Okay, pass auf. Wir probieren jetzt mal, damit ihr in den ersten Videos auch ein bisschen was seht vom Spiel. Jetzt sind das hier diese Matten. Und ich nehme mal an, dass wir die jetzt leeren müssen. Warte mal. Trennen. Und wir können auch vier Matten haben, okay? So. Klares Wasser. Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht leer. Gut. Ist aber nett, dass das Spiel mir das erklärt. So. Natürlich, wir müssen die auswaschen, die Matten. Ist doch klar. Mensch. Garol. Was ist denn los mit dir? So. Jetzt draufklicken. Ich bin mal gespannt. So. Äh. Das war sehr gut. Zweite Matte. Wonder Bra. Und das war's. Den Eimer nehmen wir jetzt mit. Und den waschen wir jetzt aus. Äh. Ei, 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 ei. Hoffentlich mache ich das richtig. Horder, ich blamiere mich. Eins von beiden. So. Da ist die Wanne. Zack. Es sieht auf jeden Fall schon mal nach was aus. Und jetzt. Äh. Wie war das jetzt? Das Ding. Müsste es. Ja. Sehr gut. Äh. Wir packen mal die Wanne. Die. Jetzt hängt die in der Wand drin, oder was? Ne. Das war's. Neuer Spielstand. Das war's. Och, nö. Also, irgendwie ist hier, ähm. Also, ich weiß, dass die bis zuletzt dran gearbeitet haben. Jetzt weiß ich auch warum. So. Benutzen. Okay. Zack, zack, zack. Mhm. Mhm. Wir machen mal. Jetzt erst mal hier den Staub da rein. Oder wie auch immer sich das nennt. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich gespannt. Unser erstes Gold. Oder? Wir gucken. Da fehlt was. Da fehlt was. Und wisst ihr, was fehlt? Ich kann sagen, es fehlt ein Eimer. Aber wir können auch den Bottich selber voll machen. Hoffe ich zumindest. Ei, 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 ei. Gardehole. Du bist mir einer. So. Komm her. Puh. Wenn das jetzt nicht gegangen wäre, ne? Dann hätten wir zum Laden fahren müssen. Oder halt den Goldstaub wegkippen müssen. So, pass auf. So. Jetzt geht's los. Gold. Gold. Komm her. Komm her. Komm her. So. Und jetzt. Jetzt ging das wieder. Moment. Hoch. Runter. Runter. Hoch. Da sind die ersten Golddinger. Äh. Ich glaube, ich bin... Äh. Langsam. Hallo. Ich will... Nee. Hoch. Es ist nicht alles rauskippen hier. Warte mal. Ich bin sehr ungeschickt. Das musst du eigentlich richtig sein, oder? So kann es nicht richtig sein. Obwohl da schon zwei Golddinger... rausgekommen sind. Äh. Ich wollte gerade das Gold daraus nehmen, aber irgendwie... Ist das nicht so richtig? Muss man das nicht irgendwie... Wie hatte ich das denn... Wie hat das im ersten Video das auch hingekriegt? Ich mache das mal ein bisschen weiter so. Guck, da ist es noch... Ah, nein. Nicht alles in die Schüssel schmeißen. Äh. Jetzt müsste ich da irgendwie drankommen. Ja, unser erstes... Ja, unser erstes Gold. Unser erstes Gold. Sehr gut. Da ist noch eins. Ja, komm. Komm zu, Papa. Ja, jawohl. So, und jetzt? Kann nicht sein, dass das so wenig ist. Ich will reich werden hier. Was ist denn da los? So. Nee, das kann nicht richtig sein. So, oder? Da ist ein Wolf. Nicht, dass da gleich der dicke Bär aus dem Wald kommt und es fressen wegfrisst hier. Ich mache das schon wieder falsch, oder? Obwohl, da sieht man doch an der Seite, wie immer das was... Hm? Ich hätte schon so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass da mehr rausgekommen wäre. Aber scheinbar... Sollen das wirklich nur Steine sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Das war sehr geschickt. Aber praktischerweise bleibt das einfach mal da drauf. Ich kippe mal ein bisschen nach. Wenn das geht... Das geht gar nicht. Müssen wir erst komplett leer machen. Ach, da waren sie wieder, meine Probleme. Nein! Ich dreh durch. Ich bin auch so ungeschickt immer. Ah, Gott sei Dank ist das ein Garderol-Spezial. Es passiert schon nix. Einmal, äh, mit patentiertem... Wir gehen mal eben kurz neues Wasser holen. Ich weiß gar nicht, warum... Oh, das ist aber jetzt cool. Hier ist es Nacht. Also die Steuerung ist wirklich sehr, sehr fummelig. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die beim letzten Mal auch schon so war. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr riesengroße Pranken. Dass ich auch wahrscheinlich sehr ungeschickt bin. So. Also jetzt nochmal vorsichtig. Da kommt der Waschtopf hin. Dann diese wunderbar durcheinander... Wenn jetzt einer von den Kollegen kommt, was sollen die denken, ey? Da kommt hier rein, da liegt alles auf dem Boden rum und alles durcheinander. So, wir packen das jetzt mal so ein bisschen ins Wasser rein. Und jetzt... Ne, so ist es nicht richtig. So ist es zu voll wahrscheinlich, ne? Ich reihe das nicht. So, wir machen nochmal ne Ladung. Wir machen nochmal ne Ladung. Einfach... Oh, diese Wölfe, die hier heulen. Ich hab Angst. So. So. Ah, wir können... So, wir können nochmal üben. Jetzt ist es schön vorsichtig. Nicht alles da rein... Blumps, äh, reinkippen. So. Äh... So. Also, funktioniert das so? Nein. Funktioniert das so? Nein. Doch. Ist ein kleines Goldknöpfchen. Oder ist es aber echt? Ja, so geht's auch. Ah, ha. Gesehen? Das sah auf jeden Fall schon mal besser aus. Aber, irgendwie... Es kann ja nicht sein, dass da so riesendicke Steine drin sind und wir überhaupt nicht... Da müssen doch jetzt dicke Klunker drin sein, damit wir uns den ersten großen Bagger leisten können. Was ist denn da los? So. Schwupp. So, wenn wir jetzt bei jedem Mal nur zwei Goldstücke rauskriegen, dann wäre ich etwas enttäuscht. Aber gut. Ähm. Wenn es ein Simulator ist, ne? Dann soll natürlich auch das Spielerlebnis wiedergeben, welchen Spaß es macht, nach Gold zu schürfen. Nämlich wahrscheinlich überhaupt keinen. In dem Sinne, dass der liebe Gott vor den Reichtum durch Goldklunker ein bisschen Arbeit gesetzt hat. Also ein ganz bisschen. Das ist ja im Leben häufig so. Menschen, die viel zu schnell mit ihren Projekten aufgeben. Die viel zu schnell aufstecken und sagen, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht. Ich glaube, das ist ein Problem unserer heutigen Zeit, dass man einfach keine Geduld mehr hat. Dass man einfach keine Ausdauer mehr hat, Dinge auch mal zu Ende zu machen und dann lieber nach einiger Zeit aufsteckt. Und dann werden letztlich die belohnt, die dranbleiben. Die immer dranbleiben und weitermachen. Aber irgendwie hier kommt trotzdem, trotz aller schlauen Worte, kommt hier trotzdem nichts mehr raus. Tja. Vielleicht mache ich das auch, vielleicht muss ich das wirklich hier dissen hier machen, aber ne. Gut. Also, das finde ich raus bis zur nächsten Folge. Und da probiere ich halt noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe das damals schon in der Demo, aber ich habe das doch bis jetzt schon wieder vergessen. Ich bin doch ein alter Mann. Ich bin doch ein sehr, sehr alter Mann, habe es ja vergessen. Deswegen seht mir das bitte nach. In der nächsten Folge geht es weiter hier in Goldrush. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Danke auch an all die Leute, die so klug waren, ein Abo abzuschließen. Und bis zur nächsten Folge. Und meine Stimme geht weg. Tschüss. Und heute Abend, wenn das Video heute am Samstag noch kommt, nochmal der Programmtipp. Also, wie gesagt, Elex, das Megaprojekt. Und hinter den Kulissen von YouTube eine spannende Reportage aus dem Hause Garderole auf Garderole 2. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.